kick 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 Deswegen gibt es danach die Licht-Level, also das Licht-Level. Und wie könnt ihr das steigern? Indem ihr legendäre oder seltene Ausrüstung mit eben hier in der Beschreibung von der Ausrüstung steht Licht plus 5. Und hier Licht plus 10. Und das wirkt sich alles auf dieses Level hier oben, dieser Balken hier aus. Und je mehr Ausrüstung und Waffen ihr mit Licht in eurer Kartei habt, also ausgerüstet habt, desto höher wird dieses Level hier auf dem Balken von Level 20. Da ihr ab Level 20 nicht mehr weiterlevelt und mit den Licht-Level weiterleveln könnt, zum Beispiel bis 29, glaube ich, ist das offizieller oder 30. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen, wie ihr da weiterleveln könnt in Destiny, weil ich habe auch lange gebraucht, um es herauszufinden. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Ciao! Ich bin gemein, weil ich sei ganz so stolz. Ich bin so froh, dass ich's hab, mein Mikrofon ist für mich all.